Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Tutorial. Heute geht es ganz um das Facebook Profil. Mit dem Wissen dieses Videos ist es euch möglich ein Profilbanner zu erstellen nach eigenem Design oder eure gesamte Facebook-Seite so zu gestalten, wie ich das hier getan habe. Eins noch vorweg, es ist nicht nötig, dass ihr besondere Bildbearbeitungsfähigkeiten vorweist. Ich habe das Ganze als Link in die Videobeschreibung gepostet und ihr könnt euch einfach meine Vorlage runterladen. Ich zeige jetzt zuerst, wie ihr mit meiner Vorlage arbeiten müsst und zum Schluss des Videos zeige ich auch noch, wie ich die Vorlage erstellt habe. Das wird allerdings nicht jeden interessieren, deshalb dachte ich, ich lagere das an den Schluss aus. Dann legen wir mal los. Ihr müsst euch wie gesagt meine Vorlage runterladen und die in ein Bildbearbeitungsprogramm einfügen. Im Prinzip sind alle Bildbearbeitungsprogramme geeignet, die mehrere Ebenen unterstützen. In diesem Tutorial verwende ich das Programm GIMP, da das Open Source ist und es jeder kostenlos runterladen kann. Ich habe meine Vorlage als GIF-Datei abgespeichert, denn GIF-Dateien unterstützen mehrere Ebenen und können transparente Bereiche enthalten. Noch etwas zu den möglichen Größen. Das Profilbild darf 600x200 Pixel groß sein und die kleinen Bilder 97x98 Pixel. Das nur als Information, falls ihr selbst etwas basteln wollt. Hier sehen wir auch schon den ganzen Zauber. Ich habe ein zweites Bild als Ebene importiert und kann das jetzt unter dem durchsichtigen Bereich verschieben. Bei GIMP zieht ihr am besten das ganze Bild, das ihr verwenden möchtet, in die Ebenenleiste. Dann wird es automatisch als neue Ebene platziert. Dann müsst ihr noch die Reihenfolge festlegen, dass meine Vorlage über dem Bild liegt und schon sieht es so aus wie auf diesem Bild. Jetzt müsst ihr eine rechteckige Auswahl erstellen. Das gibt es eigentlich bei allen Bildbearbeitungsprogrammen. Man wählt dann einfach den Bereich genau an, dass man das Bild, das man verwenden möchte, genau erfasst. Und dann wähle ich bei GIMP einfach kopieren und erstelle ein neues Bild aus der Zwischenablage und kann dieses Bild individuell abspeichern. Ich speichere das an dieser Stelle als JPEG einfach auf dem Desktop ab. Ich habe jetzt mal das Facebook-Profil geöffnet und die Bilder hochgeladen. Das erste Bild markieren wir als Profilbild und auf den anderen Bildern, auf den kleinen, müssen wir uns jetzt markieren, damit wir auch in den Bereich kommen, wo normalerweise diese Bannerbilder sind. Man sollte das Ganze natürlich in ein extra Album anlegen, um da auch ein bisschen Übersicht zu haben. Dieses Album muss man nicht mit anderen teilen oder posten. Das ist unnötig. Ihr müsst jetzt jedes Bild anwählen und unten rechts auf jemanden auf diesem Foto markieren anwählen. Dann könnt ihr einen Namen eingeben. Da wählt ihr euch selbst aus und macht eine Markierung auf dem Foto. Zu beachten ist hier, dass ihr das Bild, das später rechts erscheinen soll, zuerst markiert, damit die Reihenfolge stimmt. Wenn ihr das erledigt habt, müsste das Ganze ungefähr so aussehen. Ich habe versucht, das ganze Tutorial möglichst kurz und allgemein zu halten, damit wirklich jeder etwas damit anfangen kann. Es hat für mich an dieser Stelle keinen Sinn gemacht, ein Tutorial für ein bestimmtes Programm zu erstellen. Wie man mit Ebenen arbeitet, sind absolute Grundlagen und das kann man in jedem Hilfetext von einem Grafikprogramm nachlesen. Ich hoffe, dieses Video brachte euch ein paar kreative neue Ideen. Ich bin an dieser Stelle fertig. Wenn ihr noch zusehen wollt, wie ich die Vorlage erstellt habe, müsst ihr einfach das Video weiterlaufen lassen. Hoffentlich bis bald und tschüss! So, wie versprochen, noch die Anleitung, wie man sich eine Vorlage erstellt. Ich habe dafür meine Facebook-Profilseite geladen und habe einen Snapshot gemacht mit dem Windows Snipping Tool, das ich schon in einem anderen Video vorgestellt habe. Vorher habe ich allerdings noch ein neues Profilbild hochgeladen, das die Größe 600 x 200 Pixel aufweist, damit man das Ganze schön in dem richtigen Größenverhältnis sieht. Jetzt müssen wir überall da, wo die kleinen Fotos sind und das Profilbild selbst eine Transparenz erzeugen, damit wir das später als Schablone benutzen können. Dazu vergrößern wir den Ausschnitt ein bisschen und benutzen das Rechteckwerkzeug, um eine rechteckige Auswahl zu betätigen. Jetzt kommt es darauf an, was für ein Bildbearbeitungsprogramm wir verwenden. Bei Gimp können wir einfach ausschneiden, bei manch anderen Programmen muss man mit dem Radiergummi arbeiten. Auf jeden Fall müsst ihr genau diese Felder aussparen und am besten geht das mit einer Auswahl und ausschneiden, zumindest bei Gimp. Überall da, wo es jetzt so hellgrau, dunkelgrau gekastelt ist, sind jetzt die Bereiche transparent. Das heißt, wenn wir ein anderes Bild darunter legen, sieht man das an dieser Stelle durch. Ich empfehle, diese Vorlage jetzt als GIF-Datei abzuspeichern, da die GIF-Datei optimal für die Arbeit, die wir hier machen wollen, geeignet ist. Ich kann jetzt auch noch mal kurz zeigen, wie ihr jetzt ein Bild einfügt, zumindest bei Gimp. Dazu zieht ihr das Bild, das ihr verwenden wollt, einfach hier in diese Ebenenauswahl. Ebenen könnt ihr oben bei den Fenstern aktivieren. Ihr könnt das frei skalieren. Ihr müsst rechts in der Ebenenauswahl die Ebene, die ihr verschieben wollt, natürlich anwählen. Dann könnt ihr das so verschieben, wie ich das gerade getan habe. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch anders skalieren. Also ihr müsst nicht die vorgefertigte Bildgröße hier von eurem Bild nehmen. Ihr könnt die Ebene an sich größer und kleiner machen. Dazu drückt ihr oben auf Ebene und dann Ebene skalieren. Das sieht allerdings in jedem Bildbearbeitungsprogramm ein klein bisschen anders aus. Jetzt könnt ihr die alte Auswahl sogar weiterverwenden. Ihr hättet die Auswahl theoretisch auch abspeichern können. Und dann müsst ihr hier aus jedem Feld ein einzelnes Bild machen. Wieder einfügen aus Zwischenablage. Das habe ich ja vorhin schon gezeigt und schon habt ihr euer erstes Bild. So, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch dann mal viel Spaß.